Der US-Senat hat nach langem Hin und Her die milliardenschweren Hilfen für die Ukraine, Israel und Taiwan abgesegnet. Das Votum für einen Gesetzesentwurf im Umfang von rund 95 Milliarden US-Dollar erreichte mit 70 zu 29 Stimmen deutlich mehr als die erforderlichen 60-Jahr-Stimmen. Monatelang hatten die oppositionellen Republikaner darauf bestanden, dass zusätzliche Hilfen für die Verbündeten der USA an Maßnahmen zur Eindämmung der Migration aus Mexiko geknüpft werden. Ex-Präsident Donald Trump hatte seine Parteifreunde aufgefordert, keine Kompromisse einzugehen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky begrüßte den Beschluss des von den Demokraten mit einer hauchdünnen Mehrheit dominierten Senats. Ich danke jedem der 70 Senatoren, die mit Ja gestimmt haben. Die Ukraine weiß das sehr zu schätzen. Das war der erste Schritt. Der nächste ist das Repräsentantenhaus und die Abstimmung der dortigen Kongressabgeordneten. Wir erwarten eine positive Entscheidung. Diese kann aber nicht als sicher gelten. In der zweiten Kammer des US-Kongresses stellen die Republikaner die Mehrheit. Ob der Präsident des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, überhaupt über die Gesetze abstimmen lässt, gilt als fraglich. In dem Gesetz sind für die Ukraine 61 Milliarden Dollar vorgesehen, 14 Milliarden Dollar für Israel als Hilfe im Krieg gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen und knapp 5 Milliarden Dollar für Partner im indopazifischen Raum, darunter Taiwan. Waren. Waren. Waren.